Hallo, ich bin Jonas von der Sparkasse am Niederrhein. Wir haben gute Nachrichten. Wir können jetzt mittlerweile auch mit unserem Smartphone hier am Geldautomaten Geld ziehen. Und ich zeige euch, wie das funktioniert. Zuerst holt ihr eure Karte vor, hier am Smartphone. Dann legt ihr das hier einmal auf die Schaltfläche. Wie wir sehen können, ist hier jetzt einmal Bargeld auszuwählen. Jetzt geben wir hier einmal die BIN ein. Auszahlung wird bearbeitet. Und das funktioniert bei allen Automaten. Deiner Sparkasse am Niederrhein.